Einschneufe, ausschneufe, dann gehen wir doch gemütlich gehen. Demokratie begrabene, die journalistische, parteipolitische Scheindemokratie, die uns hier vorgelebt wird. Ich habe schon gesehen, dass hier vorne hoch aufgerüstet worden ist. Es hat jetzt Abschrankungen. Nicht, dass der Pöbel noch zu den Volksvertretern Zugang wird finden. Die Klasspolitik muss sich abspalten. Wir haben dort ein gröbes Polizeiaufgebot. Aber ich hoffe, dass es ... Ja, das ist eine Einladung. Okay, jetzt muss ich mich ausweisen. Nicht unbedingt, oder? Also, ich glaube, das einfach mal los. Jetzt steht wieder ein Enzian, rechts. Jetzt schau ich jetzt. Ich werde schnell die Charme machen. Grüße. Freut mich. Vielen Dank. Schönen Tag. Ich bin jetzt hier noch lange. Ich habe die genüssige Verqualität. Vielen Dank. 744. Links links ist hier Charlie, Charlie, links links Charlie, Charlie. Ehm, sehr schlecht. Wir sind dabei. Für was die Medien gemacht haben, sind wir speziell dabei. Dort ist auch noch ein Charlie Charlie, in diesem Grau. Charlie Charlie, da muss ich mir so ein Elbögel mit mir sagen. Charlie Charlie Schulkind. Radio Energy, Radio ... Radio ... Was ist denn das für unsere Radio? 2.30. 2.30 kenne ich nicht. Das sind unsere ersten Kinder. Nein. Wie viele strengen Ratkandidaten hat es? Wie viele strengen Ratkandidaten? 15. 15? Nein. Wird es ein paar mehr gegeben? Ja, ich habe mich auch noch geworfen. Das ist gut, je mehr wir sie haben, desto besser. Ja, das ist gut. Also, wenn ihr etwas fragt oder so werdet. Also, wenn ihr etwas fragt oder so werdet. Also. Wie wollen wir hier über die Partei reden? Nein. Von überall. Das ganze Spektrum. Jonas. Jonas. Und du? Ja. 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 Als Mitte bekommt. Ja. Ja. Ja, der Chefredaktor von BZ, mit dem habe ich Diskussion gehabt. Es ist gut, meine Fahrt. Und Fahrt. Danke. Chefredaktor Ben Zeitung, wir haben eine E-Mail-Geschichte. Der ... Ich muss schnell ... Jetzt kommt man, man muss schnell diesen Satz zitieren. Bei der Bedeutung Ihrer Kandidatur entsprechend haben wir sie vorgestellt. Da habe ich so gedacht, am 7. September habe ich es mir vorgestellt. Ja, wie haben die mir vorgestellt? Die haben mit mir gesprochen. Wir haben einen Ausschnitt vom Art Deco, das ist ein Kästchen von Ihnen, das Sie gemacht haben. Und da drin steht, der Mosel und der Worte von der Partei auszuhören, die dürfen wir nicht präsentieren. Also mir schreibt im E-Mail ... mit dem Satz, die dürfen wir nicht präsentieren. Voilà. Chefredaktor BZ. Was nehmen wir sonst noch von hier der ... Wichtigkeit entsprechen? Der Le Bern hat mich leider noch nicht zum Buffen eingeladen. So ist es halt. Einfach schwiegen, das Volk ein wenig anliegen quasi. Und da ist wieder der Influenz. Grüß Gott. Wer ist hinterher? Farni. 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 Farni, genau. Ist alles ohne Kontrolle? Wir sitzen schon. Wir sitzen schon. Wir sitzen jetzt in einer neuen Verschalzung vor dem Gebäude. Welche Verschalzung? Ja, weil die Absperrungen sind geschehen. Hat es ein Teil schon gemacht? Nein, nein. Nein, nein. Wir sind noch nicht lange dabei. Ihr seid gerade noch jung. Ich bin extrem jung. Ich hoffe, wir gehen friedlich. Nein, nein. Das stört mich nicht, oder? Nein. Ein bisschen. Schon. Als es vorher wirklich für die Menschen war. Das ist wirklich für die Menschen. Jetzt gibt es eine große Politik? Nein, nein. Sicher nicht. Mein neues Wort. Man kann manche, die sich in Köln schon gesagt haben. Aber wenn man natürlich auch in Köln und alles machen kann, können wir nicht. Das ist so. Man hat das letzte Mal auch tot. Die Einzigen, die ich nicht kenne, sind mehr mit dem Blatt, der mich auf den Boden geschlagen hat. Ja, das muss ich noch sagen. In der Köln ist hier schon mal umgelegen. Das war nicht. Ich habe mich auch nicht gelegen. Das sind 24'000 gelegen. Das war nicht ich. Ich habe 24'000 gelegen. Nein, nein. Aber das muss nicht sein, oder? Ein Mann des Friedens. Ja, das ist gut. Das sind schon zu. Hä? Ja, das kommt gut. Ja, das kommt gut. Das kommt gut. Also, das brauche ich nicht. Ich bin letztes Mal der Winz. Ich bin letztes Mal nicht der Winz. Heftig, was man gesehen hat. Nein, das sage ich nicht. Ich sage nicht Heftig. Ich sage nicht. Das ging so aus. Ja, nein. Aber das kann nicht zum Traum stehen. Wir waren nicht der Winz. Wir waren nicht beurteilt. Ja, nein, nein. Aber das haben wir heute nicht mehr. Ja, nein. Das Problem war dann noch, dass die drei Polizisten letztendlich gelogen haben. Ich habe sie beschimpft. Das kommt noch nicht in die Sintreihen, Typen mit Pistolen zu schimpfen. Siegst nicht, dass du nicht beurteilt bist. Nein, ich möchte das einfach erzählen. Also, erzähl bitte. Also, wir gehen Beschimpfung umschieben, stübe Nachrede für Lundum, bis zu einem Jahr Gefängnis. Ja? 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 Ja, das sind ganz gute Sachen. Ja, das könnt ihr nicht machen. Nein. Das könnt ihr nicht machen. Fakt ist einfach gut. Wer fährt nicht? Hey! Ist das alles gut? Wir sind es alt, ich nicht. Aber ja, das ist schon gut. Du hast auch meine Freunde im SRF zu suchen. Danke. Danke. Der Schweizer Fernseher ist bereit, zum Blütenholfen? Nein, nein. Ich muss die Kasse reinnehmen. Bonjour. Salut. Oui, ça va? Oui, ça va? Merci, danke. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ja, aber die Dissidens wie du, die Anarchisten. Nein, nicht Anarchisten. Anarchisten? Nein. Wenn wir verstehen, die Anarchisten. Ja, das ist sehr schwierig mit dir. Wir verstehen, die Themen. Das ist gut. Wir sprechen nicht einmal. Das ist gut. Das war so schrecklich. Mit den Journalisten. Das ist wahr. Ja. 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 Gehen wir die fragen. Einige hier? Das ist gut. Grüss miteinander. Seid ihr Journalisten? Ja. Ja. Bruno Mose, Fällt mir nicht, er kennt es. Ich freue mich. Freut mich. Warum war es das so, dass mehr als 9 Prozente hier gewonnen haben? Ich habe nie nichts erzählt. Ja, also. Bei den Prozerten darf ich gerade die Frechheit geben, ein bisschen wie 9, wo immer nur von 9 Kandidaten vom Ständeretz. Also wir haben alle angefragt für ein Kandidatenporträt, und die, die zugeschaut haben, haben wir auch ein Porträt gewonnen. Nein. Man kann recherchieren. Sind Sie sicher? Ja, absolut. Es sind vier verschiedene Fragen, wäre es gewesen, so ein Korn und der Aufstellung. Ich schaue noch. Bruno Mosse, G-Meer. Ich kann gerne unsere Raktionsleiter fragen. Und, äh, sonst rechnen Sie gleich selber an. Es ist einfach schade, die Leute wissen, dass sie eine Wahl haben. Ja, ja. Also eben, die PZ hat nur von 9 gesprochen. Sie können ja machen, als Medienhaus, was sie weiss, bei VATG, ob sie Leute lügen können. Ja. Wenn sie ständig von 9 sprechen, werden sie einfach klicken. Das ist ein irgendein Problem. Ja. Und, äh, das SRF natürlich auch bei der Podiumsdiskussion, es sind Leute eingeladen, die Grossparteien, ob er nie Menschen sind. Aber das geht einfach nicht. Also, demokratiepolitisch oder journalistisch, ist ein Berufsethos. Ja, nein, man muss auch überrücksichtigen, das ist klar. Aber auch. Gut, aber für PZ oder für das SRF würde man sowieso nicht reden, oder? Nein, da können wir reden, aber ich würde das auch erzählen. Also, das mal geoffen ist, ist gruselig gewesen. Ja, ja. Und wenn die natürlich eben nichts berichten, also Feedback zum Journalismus, dann möchte ich auch diese Story machen. Und, ähm... Und, ähm... Wir klären es gleich ab, wir dürfen es noch sagen. Aber, ähm... Sonst würde ich gerne hinterher noch etwas dazu sagen. Das ist gut. Ein bisschen Sendenzeit füllen. Ja, das wäre jetzt auch nicht so schnell gewesen. Ja, ja. Ja, offensichtlich sind wir gleich raus, dann fahre ich hin. Ja. Ja, wir warten halt noch mal nach sechs Minuten. Ja, dann geht es gut. Ja, dann geht es gut. Das ist so. Schönen Abend. Ja, Peter. Merci. Wie geht's? Wie geht's? Gut, ja. Schöne Gravaten. Das freut mich, dass ihr nie noch grüßt. Sie sind in der Frösse. Grüße für das Kompliment. Grüße für das Kompliment. Hallo. Nationalrat. Kein Problem. Hallo. Wie geht's? Ja, ja. Ja, ja. Hallo. Hallo. Viel Glück. Bei aller Resultat der Ständerat, Nummer 1, Bruno Masse. Ich möchte den Moment sehr schnell nutzen und allen Leuten, die mir mit ihrer Stimme anvertraut haben, danken. Wie gesagt, die Wahl ist eine Farce, das ist ein Volksbetrug. Das links-rechts-Kack, das Scheinzeug, das die machen, ist jetzt für gar nichts. Aber wir stellen uns und werden mehr Leute, die aufwachen und dem Staat Adios sagen. Die müssen keine Steuererklärung ausfüllen, schicken das zurück, keine Werbesendungen mehr bitten. Als nächstes muss 77'000 Fr. 7777. Und die Beilagen nicht mehr zahlen, die Krankenkassen nicht mehr zahlen, einfach auch das Zeug nicht mehr zahlen. Und dann können die hier ihre Schuhe abziehen, wie sie wollen. Wir machen ja nicht mehr mit, wir sind nicht mehr dabei. Ist doch faszinierend, oder? Also, wir machen das Pariserlein. 771, das ist fantastisch.